Los Palme! Was war das denn? Das war ja eine richtig gute Ausschau. Ich weiß aber auch immer nicht, was die Waffen machen. Ich dachte, ich schieß auf dich drauf. Die Palme ist jetzt irgendwo im Weltraum. Ich komm zu Shale Shock Live mit... Nia Palooki. Bist du bereit für Shale Shock Live? Ja, ich bin bereit. Für Shale Shock Live. Bitte zoome auch nochmal wieder rein auf meinen 2012er Diesel, Alter. Der ist immer fresh and nicer. Ich möchte kurz sagen, ich bin richtig schlecht in Shale Shock. Ich bin Level 23 und weiß auch nicht, wie ich das erreicht habe. Alles gut, ich bin auch nicht krass besser. Ich bin zwar ein hohes Level, aber ich kann das Spiel nicht. Ich nehm den Roller. Ich nehm ruhig den Roller, dann nehm ich das Fahrrad. Los Roller! Komm! Genau davor! Ey, das ist einfach, das ist schon wieder... Pass auf. Ja, und jetzt holt er sich da den doppelten... Na, ich hab... Guck mal, ich hab keine... Ich hab wirklich keine guten Waffen. Ich hab die... Atomwaffe. Nein, 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 nein. Ah! Nein! Ist das peinlich! Ist das so peinlich! Oh! Oh, Alter. Da hab ich nochmal Glück gehabt. Heuer! Oh! Alter Schwede! Zehn! Zehn! Schaden! Ah, okay! Und wenn Maxify wieder schießt, dann kriegt er da wieder doppelten Schaden und da hinten so ein Iglu. Jetzt, das brauchen wir uns gar nicht so beschweren, okay? Heute ist nicht Beschwerungstag hier. Doch! Hier bitte richtiges Datum einfügen. Ja, das ist der Weltbeschwerungstag. Ah ja! Oh nein! Da kriegst du Frösche! Au! Ja! Au! Alter, warum machen die denn Hallo? Ey, können die mal auf... Au! Sag mal, warte... Oh, oh, ja, warte... Ja? Schießt die Glocke einfach gerade? Ja. Scheiße. Feuer! Ach, komm! Hallo! Ja, ich wollte da oben Medication. Ja, ja, ich weiß, was du machen wolltest. Hab ich das Gefühl, du bist blind. Wieso bin ich blind? Du hast komplett daneben geschossen. Das war doch voll einfach. Das war voll einfach. Guck mal, wie ich jetzt hier... Spannst du mit Controller? Oder? Wie ich jetzt hier geflamed werde. Ja, hast ein bisschen Glück. Bis nächstes Mal. Oh! Ey, warum hast du denn so ein mega Schutzschild? Ja. Aber das ist kein Problem. Ja? Ja. Okay. War aber gar nicht so schlecht. Sondern... Was mehr Spaß macht. Piñata! Piñata! Au! Aber? Ja! Ja! Au! Na, 50 Schaden! Oh, was ist hier? Ich hab keine Ahnung, glaub ich... Oh! Ach komm! Ach komm! Ach komm! Soll ich's einfach zu Ende bringen? Warte, ich schieße jetzt ne Waffe? Ja! Der gibt, glaub ich, gar keinen Sinn. Okay. Oh oh! Oh oh! Close! Ich hab immerhin 30 Schaden... Oh, guck mal! Wir kriegen Waffen! Ah! Jetzt hab ich neue! Jetzt hab ich hüpft! Ich hab auch neue! Erdbeben! Ja, ich hab endlich... 2 OK Waffen! Nimm das, Alter! Du kriegst hier ein Pixel! Ah! Okay! Ah! So, ich teste jetzt einfach mal die Waffe! Aua! Oh oh! Es war schön mit dir! Es war schön mit dir! Oh! Oh! Ja! Der Riesending! Boah! Hätte der getroffen! Der wär's glaub ich kaputt gegangen! Ja, das ist... Glaub ich aber auch! Ich mach Erdbeben! Oh ja! Nein! Warum... Warum kannst du denn so weit fahren? Haha! Ich hab ein gutes Auto! Mensch! Das fährt lange! Bist du eher langgestiegen wie ihn? Nee, ne? Nee! Okay, cool! Au! Nein! Ja! Anscheinend doch! Bist du bereit? Okay! Nein! Nein! Wenn ich ehrlich sein soll! Eigentlich nicht! Nee! So, Vater, komm! Ich komm mal zu dir gefahren, okay? Ja, ich komm auch zu dir! Ja! Ob das smart ist? Weiß nicht! Aber ist okay! Ich schieße einfach die Piñata jetzt einfach zu dir hin! Einfach, einfach... Weil ich's... Ich hab Angst! Weil ich's kann! Nein! Ich schieße daneben! Also, naja, treff dich, aber ich krieg das Ding nicht! Oh Gott! Piñata! 18 Schaden! Oh ja! Ist das ein Rückroller? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja! Boom! Ah, okay! Sehr guter Rückroller! Komm mal ein bisschen näher, ne? Ja, komm! Komm ran! Ich glaub, das könnt's zünden! Ja! Ja! Ah! Nein! Ja! Au! Au! Alter! Aber ich hab das Gefühl, du bist gleich in nem Loch drin und kommst dann nicht mehr raus, oder? Ich bin... Seit wir dieses Spiel... Vor allem, ich kann auch nicht wieder zurückfahren! Seit wir dieses Spiel spielen, bin ich in nem Loch! So, fahr bitte weit genug, weit genug! Und? Ja! Ich komm mal näher zu dir ran, okay? Haha! Wie das aussieht... Würdest du pauschal sagen, das ist unfair? Wie dein Rohr da so unten rausguckt, sieht irgendwie komplett falsch aus! Egal, verärgerte Vögel! So... Das war's! Pixel, los! Ja! Oh, jetzt hab ich aber so ne direkte Schussbahn auf dich, ne? Ich schieß genau auf deinen Kopf drauf! Ja, ich weiß! Ja, mit... Ich bin... Fergartenvögel wieder! Aua! Was ist das? Weiß ich nicht? Hat ein bisschen weh! Ich versuch jetzt was! Kennst du schon das Gedudi? Nee! Au! Los Palme! Wann war das denn? Das war ja ein richtig guter Ausschau! Ich weiß aber auch immer nicht, was die Waffen machen! Ich dachte, ich schieß auf dich drauf! Die Palme ist jetzt irgendwo im Weltraum! Ja... Ich geb dir ne Granate, okay? Aua! Du, ich glaub, du wärst wirklich tot gewesen! Ja, er hätte das getroffen! Bauarbeiter, Störung, Erdbeben, Gräberchen, Guppis? Guppis sind kacke! Aber... Banane? Auch kacke, glaub ich! Schlange? Die ist sehr gut! Okay! Oh, ja, 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 ja! Warum geb ich dir eigentlich Tipps? Das ist voll dumm! Ja, damit's mal fair wird! Ja, du hast recht! Eigentlich... Ja, schon! Ich bin nur ein Spielball in deinem kranken Spiel! Lass mal Shellshock live spielen! Ja, lass uns Shellshock live spielen! Lass mal FIFA spielen! Das Ding ist, ich hab noch nicht so wirklich FIFA 23 gespielt! Nur Foto! Nur! Ja, aber du... Ich bin kacke! Ich bin kein FIFA-Spieler! Ich bin... FPR-Spieler! Kein FIFA! Was... Was war das gerade für'n Sound? Das war... Los Banane! Ich vertrau' auf dich! Was ist das denn?! Du kriegst einfach nichts mit den Waffen hin! Hier im Bogen! Au! 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 Aua! Aber ich hab' zumindest dieses Mal mehr Schaden gemacht! Tut mir leid! Ich würd' pauschal sagen, von uns beiden bin ich der bessere Shellshock-Spieler! Das... Das würde ich nicht sagen! Also das war knapp! Wir arbeiten jetzt mal zusammen! Okay, wir beide! Du und ich in ein Team! Ja! So! Oh! Ne, warte mal! Wir werfen den mal raus! Er ist zu gut! Ne, warum? Was ist das denn?! Ne, wir werden fertig gemacht! Ja, und? Ja, wow! Willkommen in dieser Folge, Maxify! Wo du auch mal fertig gemacht wirst! Oh mein Gott! Guck mal! Jetzt kommt sogar noch ein besserer rein! Soll ich starten? Jetzt mach Start! Ja, okay! Ich mach Start! Wir sind beide höher als wir! Ja! Und wir sind beide kacke im Spiel! Ne! Hallo! Was machen wir? Ja! Let's go! Also Stem ist Level 60 und Goat of Arms ist 5... Ja, ja, ja! Fahr schön weg! Fahr du mal schön hinten weg! Das Ziel ist von uns beiden, dass wir Goat of Arms fertig machen! Okay? Okay! Der hat nämlich Waffen, die werden uns komplett vernichten! Ich geh extra noch ein bisschen näher ran! Damit ich nicht verfehle! Ich hab alles schon konfiguriert! Okay, du machst wahrscheinlich so Fretzeschaden, ne? So! Ne, was hast du denn gegen Fretzeschaden? Oh mein Gott! Wo schieß ich hin? Oh, ich hab ein bisschen zu weit geschossen! Aber ich treff! Boom! Guck! Easy! Die gehen auf einen Haufen! Ey, das wäre voll gut für uns, wenn wir überleben würden! Also einer von uns! Ja, cool! Cool! Wo? Ach du... Oh, Alter! 120 Schaden! Ich habe... Alter, was ist das mal der Wache! Junge, warum? Ich muss halt auf Nummer sicher gehen! Ich geh auf einen Flechenangriff von der Stufe 3! Oh ja, oh ja, sehr gut! 60! Das ist zu wenig! Ich hab auch 20 Schaden, Mann! Das ist zu wenig! Nein, das ist nicht zu wenig! Ah! Guck mal! Hallo, Stein! Hi! Hallo, warum kann der denn? Oh Gott! Oh Gott! Ich lebe noch! Palle, überlebt das! Aua! Ey, nur 20! Ich schieße, glaube ich, auf den, der genau vor mir ist, weil ich habe einen Sniper! Dann, Abfahrt! Abfahrt! Oh, okay! Legendärer Treff! Ah! Ah, schade! Sehr legendär! Ja! Ja, der kommt aber noch! Da kommt noch was! Der fasst! Paluten, kannst du mal wieder Shellshock auf? Ja, eher, eher weniger, Brudi! Das macht so semi... Oh! Oh Gott! Nein, kann er nicht! Er hat mich im schwarzen Loch! Guck mal! Ey, wie... Ja! Ja, alles klar! Ah! Okay! Easy! Easy! Er sagt sogar, bitte nochmal! Ich habe einen Beschwerer auf ihn drauf! Da kommt der Pixel! Ich glaube, ich mache ihn fertig! Mach Crit! Bitte! Bitte, Crit! Bitte, Crit! Ja! Oh! Nein! Oh, Palle, er will zu... Warte mal kurz, wenn er da drin schießt! Das ist dumm, wenn er da drin schießt! Naja, vielleicht will er auch danach in Sicherheit! Ne, er schießt ja... Das fällt jetzt überhaupt ab, glaube ich! Oh Gott! Maxify! Hallo! Ich bin da! Guck mal, du kannst... Mach Steppen fertig! Mach ihn fertig! Er ist genau vor dir! Guck mal, er hat Angst! Ich mach den Verbrecher! Hahaha! Oh mein Gott! Ey! Ich sag's so, ist nicht schlecht! Nicht schlecht! Was war da los? Das war's, Leute! Lasst gerne nach oben! Abo da! Schau mal ein paar Lücken vorbei! Erster Link in der Videobeschreibung! Ich würde sagen ein bisschen nicht! Tschüss! Tschau! Ey, ich kann weiter noch mit Paluten-Fans spielen! Der ist viel cooler als der echte! Erster Link in der Videobeschreibung! Ja!